Hallo liebe Zuschauer vom RTL Spendenmarathon. Mein Name ist Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln. Entschuldigen Sie bitte, dass ich heute nicht dabei sein kann, da wir am Sonntag ein Spiel gegen Mainz haben und ich die Mannschaft drauf vorbereite. Wir hoffen und deswegen auch dieses Trikot hier, wir hoffen, dass dieses Trikot Anklang findet, dass es sehr, sehr viel einbringen wird und allen dann dementsprechend helfen kann. Auch ich werde es gleich noch unterschreiben und viel wichtiger, bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.